Herzlich willkommen zurück zu TTT 2016 mit BotStar 2.0, Juli Mösel, Kunwaran, TauTau, FiskWade, Shreksy, McFly und Dalukar! Yo, yo, yo! Hallo! Finger in den Poe! Und es ist noch nicht nach der lebenden Toten, auch wenn wir Muschinen aufnehmen. Halloween's a nation. Das war Zombies. Happy Halloween, bitches! Ja, aber davor das Jahr, Taut, da warst du noch gar nicht dabei. Da warst du noch gar nicht geboren, Taut. Ist ja nicht so wie Kunwaran, Kunwaran war da natürlich schon da. Ich hab'n Fehler in der Matrix entdeckt. Wenn ihr vorm Spiegel haut, sieht man's nicht im Spiegel. Dann bist du Traitor, du hast dich verraten. Stimmt ja gar nicht. Weil du keine Seele hast. Ihr habt da eine keine Seele, tut nicht so! Dalu ist es Hilfe! Ich hab'ne Smoke! Dalu schießt aber nicht auf mich. Ja, wegen dem scheiß Äton. Warum leuchtet die Blau? Hey, war das wirklich ne Plasma? Nein. Achso, ich dachte schon. Oh, du kamst so gefährlich um die Ecke gerannt, ey. Gefährlich um die Ecke rannt. Das hab' ich gesehen im Spiegel. Ja, Fisk ist der schlechteste Messerstecher, den es gibt. Dein Stecher! Stecher! Ja, ja. Dein Stecher! Fisk ist generell ein schlechter Stecher. Was wurdest du geschossen? Ich wurd gar nicht geschossen. Ich hab'ne Sard of. Auf mich wird jetzt auch geschossen. Ich hab'ne Stain. Ich bin's nicht Kunwaran, siehst du ja. Oh, der Blutstuhl! Fisk, ich brauch Heilung! Das ist ja beim Traunarzt, Julien. Kenn ich nicht. Hä, warum nicht? Traunarzt kennst du nicht? Nee. Nefi? Geh' zum Männerarzt. Nefi ist hier von mir. Mit, mit ner Singer-Rifle. Ja, mit normaler Reifle. So, ist das mit der Wellroad ein Safe-Call-Tautor? Ich hab'ne Wellroad. Ähm, wenn du mir jetzt auf mich schaust, dann hast du's auf dich wieder geschossen. Aha, die Tatwaffe hat's nicht weggeworfen, Leute. Oh! Was ist passiert? Nefi! Da ist er! Er ist im Dead Ringer! Nicht hingehen! Er ist im Dead Ringer, Tautor! Ja. Wo, wo, wo? Er wollte die, er wollte die Dingens nach uns werfen. Hast du die? Tautor, hast du die? Ne, leider nicht. Das Kunwaran. Hey, warte mal. Juli hat grad Tautor an den Rücken geschossen, oder? Genau. Nein, ich hab' einmal in die Luft geschossen, wie immer. Was ihr immer mit den Leichen macht. Limm der Credits raus und heile dich. Bitte. Oh Gott, war nicht verschissen! War gut? War nicht gut. War nicht gut. Juli, die auch nur auf mich, Juli. Die offensichtlich, du mitten im Raum stehst mit dem Ding. Ich dachte nicht, ich geh' wieder raus, oder war die Tür da weg? Mann. Sie steht mit dem Friendship Launcher mitten im Raum, denkt sich, oh, ich sollte mal gehen. Geh' mit Gott, aber geh' mit dem Ding. Ich hab' den Sniper auf dich geschossen. 21 Damage und der Sniper? Ja, dann hab' ich dich richtig getroffen. Aber Hauptsache, ey. Ne, viel war's nen Headshot, ey. Richtig? Ne, das stimmt nicht. Aber in der Runde davor war's nen Headshot, ey. Ich werf' ne Smoke und werd' fast hingerichtet. Ey, du hast' dir aber auf jeden nicht geworfen. Das war ja wohl so... Ja, aber wenn dann... Ah! Na, ah! Na, ah! Boo! Apu? Apu! Please come again! Tete rettete! Tete rettete! Tete rettete! Tete rettete! Tete rettete! Also geht mal zum Spiegel und checkt das ab. Ey, du hast mir gar nix vorzuschreiben, ich bin der Detekt. War des? Ich hab' jetzt ne Aufklaubsautorat mit dem Messer an. Was läuft? CSI? Die Doppelgänger ist dann nicht zu dem Doppelgänger ist so nicht drin. Nein, du willst mich einsperren oder so. Ich mach' diese Granate hier und wirf's nicht nach Dalu. Okay. Die Teckte noch befehlt. Hier ist er! Er ist im Nebenraum! Lauf! Hier ist er! Hinterher, ey! Ja! Wer hat sich angeschossen? Was passt für Tato? Du hast auch die Teckte! Du hast auch die Teckte! Du hast auch die Teckte! Ey, Nid, die bleibt mal stehen! Oh! Dalu ist es! Hallo! Dalu ist es! Dalu ist es! Er hat ein Unschuldige! Es ist Dalu! Er hat Juli er wollte es! Ich glaube, ich habe ihn, ich weiß es nicht! Ich mag Turtles! Ich glaub' Tato ist Wetteringr! Ich glaub' Tato ist Wetteringr! Tato ist Wetteringr! Wollte da ganz gerne raus! Ah, Dalu ist der andere, okay! Wieso denn? Wer ist der andere? Hahahaha! Einer war Tato und einer Odalo! Warum ist er nicht vorbei? Weiß ich nicht, weil du ein Red Wenger bist! Na, ich bin tot, sorry! Ja, ja! Hilfe? Ja, muss ich doch! Shit! Ja! Sorry! Hier läuft die Kontra um in Dead Ring! Nein, 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 nein! Da hinten! Und Fizz dachte doch, ne, 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 ne! Das wäre schon witzig gewesen! Witzig! Witzig, haha! Das waren nicht die Turtles, die ihr meintet! Das war so eine Meme-Turtle! Und die habt draufgeballert! Und dann ist die explodiert und dann alle gekillt! Ja, ich dachte auch grad so! Ja, ich hab ein Heft of Grossen, aber dann ist man Fizz weglaufen! Ja, aber du darfst ja nicht auf die Turtles schießen! Da kommst du nicht rein! Oh mein Gott, hier öffnet sich immer die Tür! Ich war's! Habe ich dir Angst gemacht! Ich bin ein Geist! Ich bin ein Geist! Ja, deswegen sind wir alle gestorben vorhin, ey! Ich hab mich echt gewollt! Ich guck in den Raum rein! Ich kann natürlich durch Türen laufen! Ein Schüsschen! Ey, Juli komm, wir machen einen Spaß mit jemandem, okay? Ja! Warte! Nicht mich spreng! Juli, der Spaß wird auf deine Kosten gehen! Nein, nein, nein! Nein, sowas will ich nicht machen! Das wird der Botsdamer! Eben! Juli, wo bist du? Hier! Achso! Vorsicht, da schießt jemand auf uns! Ey, da hat jemand die Fässer gesprengt! Die Fässer! Okay! Oh! Ey! Wer war das? Den mach ich fest! Ich war das nicht! Wer ist hier? Ich weiß nicht mehr wo! Der explodiert! Fisk ist es! Es ist Fisk! Warum? Kunran! Aua! Bescheuert! Weil ich von der Explosion erwischt! Was ist Fisk? 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 Er ist im Dead Ringer, hat die Lampe noch an! Aua! Aber warum soll der zu dir sagen, bist du bescheuert? Fisk hab ich! Fisk hab ich Nefi ist tot! Und da ist jemand mit der Melon getötet worden! Ja Maxi oder Tautor? Der der noch lebt ist es! Hier ist auf jeden Fall der letzte Tote! Okay das ist Tautor! Tautor ist im Dead Ringer! Der letzte! Der ist hier gerade durchgelaufen! Der hier rein gerade? Ich glaube ja! Oder? Hinter mir! Lauf weg! Lauf! 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 Wollte dein Tod! Du auch? Wie viele haben denn die Mikrowellen gelegt? Warum wurde ich denn gecallt jetzt? Weil du mich gesprengt hast! Mich auch man! Ja weil du Julie gesprengt hast! Ja! Bitch please! Nein eigentlich war das doch einfach ein Fass was Julie gesprengt hat oder? Ja aber da hat Fisk drauf geschossen! Ja! Einen hab ich nicht! Warte doch! Ich war Detective und das waren die Beweise! Nachdem ich aus dem Licht gecallt wurde habe ich die Mikrowelle fallen lassen! Ja! Vor Schreck! Da ist mir die Mikrowelle aus der Tasche gefallen! Ups! Dafür ein schönes Weihnachtsgeschenk für Fisk! Fisch aus der Mikrowelle! Bei Traitern explodiert die nicht! Ah! Ah! Das ist aber auch 2015 schon so gewesen! Julie die Tür sind alle abgesperrt! Nee jetzt nicht auch noch die letzte! Gut! Was macht ihr? Wer macht die Türen dauernd zu? Jemand, der da Böses tun will. Böses, Böses. Ja, weil der so auf mich zukam. Hä, wie ist das bei mir? Damit du nicht weggesnipert werden kannst, mit Schottker macht das halt voll Sinn. Das stimmt natürlich. Ach, doofer Spiegel. Hallo. Tschüss. Papa. Nefi ist es. Da geh ich jetzt hier lang. Mach Kuhnwand leicht, wenn ich ihn sehe. Das Nefi. Da ist Kundran. Zahna? Du wolltest mich machen, hast du gesagt. Wo ist halt dir? Nefi. Nefi und Kundran. Nefi. Oh, was ist hier los? Und wen da? Kundran. Ah, hallo. Das hat er gestorben. Das war eine Mikrowelle. Woher weißt du das? Ich hab Deadwinger gehört, Deadwinger gehört. DC4 oder so. Was liegt denn hier? Ihr Zauzau hat einen Deadwinger angemacht. Maxi. Ne, hinter mir du. Du hast doch gerade nach vorne geschossen. Oh, fast, fast, fast. Stop. Da hat einer den anderen erschlagen. Da hat einer den anderen erschlagen hier. Aber wir haben immer noch nicht den Nefi. Wieso? What the fuck? Wieso denn Nefi als letztes? Das hieß ab dem zuerst. Achso, ich dachte, Nefi sparen wir uns. Er schieß einfach. Alter. Oh, Alter. Pass auf. Wo ist er auch rein? Hallo, wir leben noch beide, Junge. Ich weiß. Kein Headshot gemeint. Aber Danu kam ja auch noch. Wieso habt ihr euch gegenseitig mit der Crowbar erschlagen? Ich hab nur einmal kurz draufgekommen zum Deadwinger Test. Ja, ihr wolltet was? Den schwächsten zu Lance? Der schwächste Flea. Shit. Die stehen in der Ecke und hauen sich beide mit der Crowbar ins Gesicht. Oh. Nee. Shit. Ge weg. Ja, wenn der geschlagen wird. Klar. Oh. Oh. Schade. Oh. Schade. Wo hast du mir vorhin von der Freizeit gegeben? Aber keiner hat gehört. Ja, keiner hört die Sitzung. Mir wird noch in der Rücken geschossen und bin ich auch noch für schuldig. Hallo, ich ging da voll gut. Aber dann ging es auf einmal los, weil irgendwie Maxi eskaliert ist. Er war plötzlich, in der wir fester waren. Eskalation. Die hab ich eingedroppt in so einer Reihe, damit du das letzte anschießen kannst und die so explodieren. Ja. Oh nein. Lass mich hier raus. Nein. Oh geil, das ist mein Lieblingsraum. Du musst einen Faszinator in die Mitte und dann eine Superdisco legen. Dann weißt du ja, was nächste Runde passiert. Ja, auf einer größeren Männchen. Geh mal links rein da, Lu. Die Superdisco legen und die Fässer drum rum. Dann guck mal was passiert. Und dann guck mal was passiert. Schon macht's Kawumms. Kawumms. Kawumms bei den Fässern. Kawumms. 5 Mann denkt immer so. Boah. Ich seh die Namen nicht. Das war ich. Ich wohne teleportieren. Was? Was hast du? Ich hab noch ein bisschen gedreht. Ich hab noch nicht viel auf mich geschossen. Ach na genau, du hast mich gedreht. Nein, du hast uns gedreht. Ich dachte immer das gerade so. Dieses drehen ist doch noch witziger. Ich war voll... Ich hab noch nicht gedreht. Gerade mit der Mitte. hinter dir glaubt da noch was ich hab war da nur ich hatte eine zahnbehandlung ich war mitten drin sehr verdächtig aber macht diese drehgang schaden ich habe keinen schaden bekommen aber habe mich trotzdem gedreht das war ganz komisch ich habe nicht geschossen verdächtig konnte macht mach du ihn ich mache jetzt echt nicht gehen machen ist es jetzt wirklich geschieht so auf mich geweckt kundran ist es wer jetzt von euch ich gucke wie die sich duellieren ja mann schießt auf mich namen jetzt müssen wir schauen ob kundran es war was war das war okay die identifizierung der nicht gefallen was wir am stuhl gemacht haben es hat wehgetan es tut immer weh beim ersten mal es ist doch nils humor wo ist der wenn man ihn braucht warum brauchst du denn dann brauchen wir den oh der kriegt doch immer alles voll aber es steht ja in seinem pferd dadurch schneidet doch immer alles raus hat auch gerade gesagt ja ey direkt wurde hier jemand getötet direkt hast du julie wieder umgebracht nein nein das ist doch ne lüge dann warst du das was machst du denn hier tau tau ok ok warte hier nefi kommt hier her leute hier ist nefi gewesen den verfolgt jetzt julie hat sich selber in die luft gejagt nefi ist zum tate zurückgekehrt wie ein echter verbrecher ist er hier ist hier gestorben ey Leute ich glaube sie wollte sich umbringen hier hängt auch noch ein bann ich wollte gerade sagen vielleicht hat sich einfach selbst vielleicht war das geil warum ist maxi oder maxi warum bist du verletzt weil mir gerade ein witzbold angeschossen aha ah jetzt ja ein maxi ah ja ich hab lieber jetzt maxfly ist übrigens traitor ey fisk er hat was gedroppt hinter dir ey es ist wirklich fisk ich habe ihn oh tau 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 ist es es ist tau tau er hat auf mich geschossen ja jetzt wird das ganz schön kriminell ja nein aber ich habe jeden anderen Traitor getötet ich habe den Traitor getötet ja weil was ist halt cool hey ne stopp 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 ne vergleichbar alles klar ich wollte dich gerade abbannen also ich dachte grad wie so oh also die diskuss ach einmal stinkt er durch den raum ne weil maxi hat es gesagt weil irgend so ein witzbold hat mich abgeschossen ich fand ich halt cool sonst hätten es auch ein Traitor sein können achso böse abgeschlossen ganz gut gemacht Nefi hier gehts nach raus bei mir der Bringer oh oh nice Ich hab dann nur geschossen, weil du auch auf Fisk auf einmal dann geschossen hast. Und der war ja der. Die Superdiskommo muss geil ausgesehen haben. Ein Blutbad, Kinder. Blutbad. Was ist da passiert? Die Schmerzen waren zu schlimm. Ich hab mir das Leben genommen. Jawoll, das kann man verbacken. Nimm die Crowbar und jetzt duckt dich ganz schnell. Ducken aufstehen. Irgendwas hört das Model auf sich zu ducken. Du machst immer ducken. Ducken aufstehen, ducken aufstehen. Ach so vorm Spiegel oder was? Die Animation schlägt ja nicht mal zu. Ja, aber irgendwann bleibt er stehen. Das ist voll richtig. Ja. Keine Angst, Kinder. Alles wird gut. Ich rette euch. Ich glaub, du warst geschoppt. Hier ist zugeschlossen. Wenn du am Ende der Map bist, dann geht's halt nicht weiter. Nein, da ist jemand rein und danach kam ich auch nicht rein. Okay. Okay. Was? Warum? Ey! Woher ist? Ich bin bei Maxi. Ich kann nicht wahr, Lügner. Wer? Oh, da ist einer gestorben. Alter. Da läuft noch ein Error. Da, Lu. Da, Lu. Nefi schießt. Nefi schießt. Warte! Warte das andere. Warte das andere! Warte! 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 Das ging schnell! Ich mit zwei Headshots gedroppt hier. Da kam der Nefi raus. Ich habe den Error gefangen. Beide mit meiner Waffe abgeschossen. Ne, ne! Ne! Gebt mir keine Zeit zu sagen, dass ich das gefunden habe. Ja, natürlich! Ne, ne, ne! Ne, ne! Ne, ne! Nur weil wir ihn gecallt haben. Und ich bin ein Botster. Ich bin ein Callboy. Ach, das war die Explosion. Okay. Vom Botster kommt zwischen uns. Ich dreh mich um. Ich wisch ihn gerade noch so hoch. Können Fisk jetzt Safecall abschießen. Hat Dalu, hat Doli jetzt eigentlich nicht. Ne, das ist so ein blödes Kind. DOLU! Warte, war Fisk eben bei mir? Ey, ich bin bei Fisk gespawnt. Er flieht. Ich fliehe. Er ist es! Er ist Dete! Er ist es! Er ist es! Ah, Feuer! Oh mein Gott, der Kühlschrank wurde die. Oh mein Gott, Feuer. Es ist heiß. Dalu magst dein Spiegelbild nicht. Ne. Ich hab den Gremgang aufgemacht. Guck mal, wenn ihr hier vorgeht. Vor den Spiegel. Und dann so macht. Verändert sich das Spiegelbild nicht. Probiert das mal aus. Dalu? Was war das für eine Aktion? Jaja, was war das für eine Aktion? Ja, ja. Da steht ja nichts. Hier, was auf. Hey, wer verschaut nicht hier? Ja, jetzt duckt sich nicht mehr. Ja, jetzt duckt sich nicht mehr. Ja, bei dir aber nur, ne? Ja, ich wollte ja sagen, nur bei ihm. Ja. Schnell steuerung drücken, die ganze Zeit. Tipps an. Dann hört das Modell irgendwann auf und sagt sich ne. Was für ein Obst, Maxi? Obst. 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 Obst, aus Versehen geklickt. Ich wollte jetzt klicken, die Tür auch machen. Was war das? Eine Disco. Eine kleine 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 Disco. Da hinter dir. Da links dahinten. Hier muss doch noch einer gewesen sein. Für uns geschossen. Ich habe mich auf euch geschossen. Hier war auch keiner. Achtung, gleich wird geschossen. Nein, warum? Warum denn? Wer ist denn? Wer? Einer war zauter. Oh Gott, der explosive Raum. Was? Okay, das hat sich alles von selbst geklärt. Ich confirm mal. Wurden jetzt Fehler gemacht? Ja, es wurden Fehler gemacht. Ah, es ist, es ist. Es ist der, der noch lebt. Okay, wer ist der Letzte? Ah, jetzt kommt er noch. Der Maxi. Gar nicht wahr. Nice. Hab ich ihn erwischt? Nein. Was? Was hast du denn hier los auf einen? Ey, Tau, Tau, komm in den Raum und schießt auf mich. Und warum ballert die dann auf mich? Das war nur für's. Das sah aus, als hättest du geschossen. Julie hat mich erschossen können. Der Dete. Der hat ja auch geschossen. Sie hat mich geschossen. Ja. Muss man ankündigen. Das eine ist, wie es das andere war. Ich bin safe. Ich habe auch 1000 Karma. Ich bin voll dabei, ey. Ich glaube, Julie hat geschossen. Ja, ich war's. Hast du geschossen, Julie? Ja, ich war's. Ich war ein böser Junge. Ein böser Junge, Julie. In die Ecke, gell? Ja, ich werde dir deinen Hintern jetzt versuchen mit der Shotgun. Gwen steht da ein bisschen drauf. Da musst du aufpassen. Also, ich habe sie. Leute, wenn ich sie jetzt werde, Julie ist sofort tot. Oh, ich bin Dete. Oh, Dete. Ey, sie schießt auf mich! Leute! Nicht sie töten! Nicht, dass sie davon kommt! Oh nein! Der wollte mich noch quälen, oder? Der hätte dich umgebracht. Egal! Wo ist der Stuhl? Wotstar hat komische Fetische. Baudu. Warum will Julie mir als innocent unten angezeigt, also im Scoreboard angezeigt? Wo hast du die Wotste her? Ich habe das Raider. Warte. Ja, ihr stand da oben. Ja, ihr stand da oben. Hier. Was ist denn das? Die ist leer, oder? Man kann sie nicht mehr aufhängen. Ja, wenn man reinfällt. Oh, wenn man... Dete, ey. Dete. Boah, Wotstar ist fast tot, ey. Da ist ein Mord geschehen! Oh Gott! Ich komme wieder raus. Hallo! Aber keiner von uns. In dem Raum sind drei gestorben. Es lebt noch einer da. Ja, Baudstar auch. Ne, Baudstar lebt noch nicht. Ich lebe noch. Das ist Verleumdung. Wo ist er da? Maxi will er? Erstmal hier kurz... Ja, muss ja dann der Fist sein. Ne, Fist und... Doch, Fist! Ich bin's immer... Er hat geredet, er lebt noch. Doch, dann ist es wickelt. Tau, 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 Maxi. Warte, 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 warte. Dann ist es Kundran. Nein, es ist Fist. Kundran war bei dir im Raum. Fisk, Fisk, ja, okay. Fisk, ja, hast recht. Immer auf mich, Ne, Feen. Ich wusste nicht mehr... Guckt in den äußeren Eckenräumen. Er wird nicht in der Mitte sein. Immer nur an den letztmöglichen. Fisk, Leute. Fisk. Schön an der Wand laufen. Da, wo die Tür nicht mehr aufgehen. Da findet man... Ja, und dann mit der Hintern auch an der Wand. Ach, das Starway. Hallo. Alter. Oh, hier krüppelt jemand. Ja, Daniel hat mich aus Panik gestunnt. Alter. Oh, da hat Spaß. Oh, putz. Ne, ich wollte den Schuss eigentlich für Fisk aufhlen. Dann will ich ihn mit Brechstange verprügeln. Oh, hier ist zugeschlossen. Ja, wenn du in den Ecken bist, ist der immer zugeschlossen. Ne, ne, ne. Ein Wort gestoßen. Ich habe leider kein Radar. Das war ich. Und ich habe auf mich geschossen. Jetzt, wo wir gesagt haben, er ist außen, geht er bestimmt innen rum. Keiner findet ihn. Ja, wir finden uns eh nicht. Wir verstecken uns alle in einem Raum. Jeder guckt auf eine Tür. Bitte nicht auf mich schießen, Leute. Dann seid ihr durch. Komm, wir gehen ins Behandlungszimmer und jeder in eine Ecke. Hinter dir, Nephi. Vorsicht, im Dead Ringer. Nicht auf mich schießen. Muss hier weg. Nicht auf mich schießen, habe ich gesagt. Hast du ihn echt erwischt? Ja, ja. Der ist aber hinter dir her, Nephi. Ja, ich sehe seinen Namen aber nicht. Er muss hier in diesem Raum eigentlich sein, oder? Eigentlich ist er wieder raus. Ich meine, ich habe das gehört. Hier lang. Da. Oh, schade. Schnell, Dalu hier. Wo ist denn der DT? Ich habe es so lang, denn die DT. Schnell. Schuss gegen Glück warte noch. Hab noch Zeit. Hab noch Zeit. Ja. Nächste Runde los, komm schon. Nächste Runde kommt. Ach so. Nächste Runde kommt bestimmt. Ja, oder ist er wieder gespawnt, ey, mit der Shotgun. Das wird die beste Runde jetzt für mich. Das wird die beste Runde jetzt für mich. The best of the best. Hast du jetzt auch noch die Stun-Garn? Ah ne, die Stun-Garn hast du ja abgegeben. Ne, die hat Dalu ja gekriegt. The best. Was hast du noch? Die hättet gar nix an. Bait. Der Traitor kann mich gern kühlen gleich. War das ein Angebot? Ja. Vielleicht. Läuft mir hinterher hier der Dalu, der Bots da. Beide wieder Traitor, ey. Die kommt schon wieder so an. Hä, was? Nur weil ich den DL-A-Skaner habe? Wen zuerst? Fisk wieder? Ne, Fisk ist der letzte. Ne, Fisk ist der letzte. Das letzte zum Schluss. Was? Wat? Fisk ist wirklich das letzte. Das letzte zum Schluss. Alter. Hallo. Tautau, töte mich. Warum? Weil ich hab nen DNA-Scanner, obwohl ich... Ja, voll verschenkt. Voll verschenkt. Ja. Voll verschenkt. Warte mal, heißt das immer noch Dan Fate? Nein. Der hat alles, was er vorher auch hatte. Wow! Victor! Victor! Ich komm nicht weg! Ich hab ihn! Ich komm nicht weg! Ich hing da drin, oder? Dead Ringer. Ich hing in dem Teil drin. Da, bei Juli. Nein! Das war knapp, ey. Wo ist der hin? Ey, Tautau hast du... Das ist ja wohl eine Frechheit. Den Rest musst du machen, Tautau. Ja, ja. Ja, ja, so Tautau. Hey, hey! Lauf Tautau, Fate regelt. Lauf Tautau, Fate regelt. Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschau! 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 Tschau!